Patienten gibt es beim Arzt und Klienten beim Steuerberater. Ihr seid ein Pflegedienst, also gibt es bei euch Pflegekunden. So lautet meine Ansage in meinen Workshops, wenn wieder einmal die Bezeichnung Kunde nicht über die Lippen kommen will. Was habe ich mich gefreut, als im Webinar letztens eine PDL sagte, für uns sind das Kunden, Punkt. Wir lassen auch das Pflege davor weg. Denn du sagst ja immer, Menschen wollen nicht gepflegt, betreut oder versorgt werden. Yes, habe ich gesagt, genau so ist es. Hey, schön, dass ich wieder in deinem Ohr bin und du ein paar Minuten Zeit mit mir verbringst. Beim Podcast Pflegeambulant leichter beraten, verkaufen und führen. Hier ist wieder deine Gastgeberin Claudia. Claudia Henrichs, Expertin mit Herz für wirkungsvolle Kommunikation. Damit du dir deine Praxis leichter machen kannst, teile ich meine Impulse und Ideen mit dir und interviewe Menschen, die mit Herz, Hand und Verstand in und für die ambulante Pflege arbeiten. Weiter geht es mit der Sanierung meiner Webseite und der Überarbeitung der allerersten Podcast-Folge aus dem Jahr 2016. Wow, gerade als ich die Zahl gesprochen habe, fällt mir auf, dass ich Jubiläum hatte. Fünf Jahre Podcast-Pflegeambulant. Und ich, Dusseln, habe das gar nicht mit euch gefeiert. Mist, das holen wir nach. Am 27. August 2016, ich habe gerade mal schnell nachgeschaut, sind meine beiden ersten Folgen on Air gegangen. Meine Güte, was war ich damals aufgeregt und was habe ich in den letzten Jahren alles gelernt. Wahnsinn. Also, höchste Zeit, den alten Folgen ein Update zu gönnen. Heute geht es um das Thema Verkaufen oder Beraten im Zusammenhang der ambulanten Pflege und wie Verkaufen zu dem Ziel passt, dass am Ende eines Gesprächs Pflegebedürftige und Angehörige selbstbestimmt über die Pflege entscheiden können. Genau wie in der Folge 135 wünsche ich mir, dass du am Ende dieser Episode sagst und denkst, ja natürlich, das Verkaufen von Pflegeleistungen ist ein wesentlicher Bestandteil meines Berufs und das ist auch gut so. Der Überblick für dich. Erstens, Verkaufen hat ein schlechtes Image. Zweitens, gibt es überhaupt einen Unterschied zwischen Verkaufen und Beraten? Drittens, die Absicht macht den Unterschied. Und viertens, erzähle ich dir von zwei Veranstaltungen, bei denen ich dich gerne dabei hätte. Also los geht's, lass dich darauf ein und genieße die Impulseinheit für deine Ohren. Verkaufen hat ein schlechtes Image. Ganz, ganz viele, mit denen ich arbeite, sind der Meinung, dass Verkaufen nicht zu ihrem Beruf gehört, dass sie Pflege und nicht verkaufen gelernt haben und dass sie, wenn überhaupt, eher BeraterInnen sind. Verkaufen hat irgendwie bei den PflegeexpertInnen einen schlechten Ruf. Darum gibt es eben auch Klienten statt Kunden. Warum ist das so? Ich erzähle dir zwei Begebenheiten von mir. Die erste. Das Telefon klingelt und eine Männerstimme sagt, Guten Tag, wir sind Unternehmen XYZ, der Name spielt jetzt keine Rolle. Wir sind der größte Trainingsdienstleister in Deutschland. Wir haben elf Standpunkte, einen davon auch in Köln. Ist es okay, wenn ich Ihnen unsere Unterlagen zuschicke? Ich war genervt und konnte auf die geschlossene Frage am Ende des langen Satzes ganz leicht sagen, Nein, danke. Warum hat mich das Telefonat so genervt? Weil es nichts mit mir zu tun hatte. Der Anrufer kreiste um seinen eigenen Bauchnabel. Wir sind die Größten, wir sind die Schnellsten, wir sind die Besten. Wenn das stimmt, ist das ja schön für das Unternehmen. Doch was habe ich denn davon, außer Papier in meinem Briefkasten? Nichts. Mein zweites Beispiel. Bei einem meiner Autokäufe habe ich dem Verkäufer erzählt, was mir bei einem Fahrzeug wichtig ist, worauf ich Wert lege. Damals bin ich noch oft mit dem Auto zu meinen Veranstaltungen gefahren. Wenn ich dann früher nach einem Workshop, glücklich, müde und Gedanken verloren, auf der Autobahn hinter einem Lastwagen festhing, wollte ich Gas geben, auf die linke Spur, schnell überholen und weiter, egal ob eine Steigung vor mir war oder nicht. Deshalb habe ich den Verkäufer gefragt, ob ich die 1,9- oder die 2-Liter-Maschine wählen soll. Seine Antwort? Nehmen Sie den 1,9-Liter-Motor, den fahre ich auch. Aha. Du merkst schon, was die beiden Beispiele gemeinsam haben, oder? In beiden Fällen hatten die Verkäufer nicht mich und meine Bedürfnisse, sondern sich selbst, ihren Profit, ihre Umsatzzahlen und ihre vermutete Großartigkeit im Fokus. Das und genau das ist das wichtigste Merkmal für einen schlechten Verkäufer und einen schlechten Berater. In der Folge 135 hatte ich ja angekündigt, dieses Geheimnis zu lüften. Wenn Du sie noch nicht gehört hast, dann hol das unbedingt noch nach. Unter anderem geht es in dieser Folge auch um die Angst vor Ablehnung und warum ich es für Körperverletzung halte, wenn Du Leistungen gar nicht erst anbietest. Fazit Schlechte VerkäuferInnen interessieren sich nicht für die Bedürfnisse ihrer GesprächspartnerInnen. Wahrscheinlich hast Du in der Rolle der Kundin des Kunden solche Situationen, wie ich sie gerade erzählt habe, auch schon oft erlebt. Du hast Dich in die Enge getrieben gefühlt, Du wurdest über den Tisch gezogen, da hat jemand versucht, Dir etwas anzudrehen. Daher kommt Deine Skepsis, weil genau das willst Du auf keinen Fall vermitteln. Super, dann sind wir mindestens schon zwei. Hätte der Autoverkäufer gesagt, nehmen Sie den 1,9 Liter Motor. Damit erreichen Sie genau das, was Sie wollen, nämlich in kurzer Zeit schnell Tempo machen. Dann hätte ich mich mit meinem Bedürfnis verstanden gefühlt. Fazit Eine gute Verkäuferin, ein guter Berater interessiert sich für die Bedürfnisse seiner GesprächspartnerInnen und bietet Lösungsmöglichkeiten. Gibt es denn einen Unterschied zwischen Verkaufen und Beraten? Ich bin fest davon überzeugt, dass Verkaufen nicht ohne Beratung funktioniert. Zumindest nicht, wenn es sich um beratungsintensive Produkte oder Dienstleistungen handelt. Und Pflege ist nun mal ein beratungsintensives Thema. Beraten ohne Verkaufen funktioniert dagegen sehr wohl. Das ist allerdings meistens nicht zum Wohle derer, die eine Lösung für ihr Problem brauchen. Dirk Kreuter, ein Kollege und ein bekannter deutscher Autor, Redner und Verkaufstrainer, bringt es auf den Punkt. Hör einmal, was er sagt. Ein Berater ist jemand, der den Kunden umfassend informiert und ihn dann mit seiner Entscheidung, seiner Kaufentscheidung alleine stehen lässt. So nach dem Motto, ich gebe Ihnen mal meine Karte, bei Bedarf können Sie sich ja noch melden. Ich gebe Ihnen mal die Broschüre mit, können Sie sich noch mal in Ruhe durchlesen, rufen Sie doch noch mal an. Das sind Berater. Aber wir brauchen keine Berater mehr. Wir haben genug Berater. In Deutschland, wir sind ein Volk der Berater. Beraten hat bei uns ein total gutes Image, nur dass wir uns richtig verstehen. Natürlich musst du den Kunden beraten, um später einen Abschluss zu machen. Aber die meisten beraten nur und machen dann keinen Abschluss. Und das darf nicht sein. Pflegebedürftige und deren Angehörige mit der Entscheidung alleine zu lassen, ist ja auch nicht deine Absicht. Zum einen lautet die Definition von Pflegeberatung, die das ZQP, Zentrum für Qualität in der Pflege, herausgegeben hat, dass gute Beratung pflegebedürftige Menschen und ihre Angehörigen dabei unterstützt, selbstbestimmt über die Pflege zu entscheiden. Damit das gelingt, muss dein Beratungsgespräch auf jeden Fall folgende Bestandteile enthalten. Das Erkunden der Bedürfnisse und das Aufzeigen von unterschiedlichen Optionen. Optionen als Lösungsmöglichkeiten mit den jeweiligen Auswirkungen, die die einzelne Lösung hat, zwischen denen sich dein Gegenüber entscheiden kann. Und diese Entscheidung führst du herbei. In der Gesprächsstruktur, die ich in meinen Workshops vermittle, ist genau das enthalten. Baustein 4, Kundenanalyse, das ist die Fragephase. Baustein 5, Präsentationangebot mit mindestens zwei Optionen. Gerade hatten wir mit einem Online-Webinar-Kurs unser Meilenstein-Webinar. Hör einmal, was Manuela eine erfahrene PDL umgesetzt hat. Das ist Modul 6. Und das war ja das Angebot zu unterbreiten. Und das hat mich ja, das weißt du auch, Claudia, von Anfang an ein bisschen fasziniert, mit diesen zwei Angeboten zu erstellen. Das finde ich immer noch weiterhin mega. Ich habe tatsächlich das schon mehrmals angewandt. Und auch mit den zwei Angeboten ist, glaube ich, besonders. Weil wo kriegt man denn heute schon zwei Angebote? Man kriegt meistens ein Angebot. Also wenn ich jetzt meinen Tischlermeister frage, der macht mir ein Angebot. Und deswegen, denke ich, ist das schon irgendwie eine besondere Situation, wenn die zwei Angebote bekommen und tatsächlich wählen dürfen. Und es ist tatsächlich so, dass die immer das Teurere genommen haben. Also echt jetzt. Und die Kunden entscheiden sich für das Teurere Angebot. Überrascht dich das? Mich nicht. Nach einer gesprächspartnerorientierten Bedürfnisanalyse, bei mir heißt das ja Kundenanalyse, fällt es leicht, zwei Angebote zu erstellen, zu denen man einfach nicht Nein sagen kann. Wenn dich genau das interessiert, dann schau dir bitte meinen Webinarkurs an. Wenn du nämlich willst, dass eure Pflegeverträge wirtschaftlicher werden, eure Pflegekunden länger, sicherer und selbstständiger, ihr Zuhause genießen können. Und wenn du noch souveräner auf Einwände reagieren willst und in deinen Gesprächen auch noch Zeit sparst, dann schau dir unbedingt meinen Webinarkurs an. Aber weiter im Text. Ich habe ja eben gesagt zum einen. Deswegen kommt jetzt zum anderen. Gib es zu. Natürlich möchtest du, dass Pflegebedürftige und Angehörige deinem kompletten Angebot zustimmen und eure Leistungen kaufen, oder? Also richte dich wohlig ein in deiner Rolle der beratenden Verkäuferin. In deiner Rolle des beratenden Verkäufers. Baustein 7 in meiner Gesprächsstruktur heißt Abschluss und Absprachen. Und da geht es genau darum, wie du eine Entscheidung herbeiführen kannst. Fazit. Wenn es um einen Pflegevertrag geht, gehören Beratung und Verkaufen unmittelbar zusammen. Und wieso ein Beratungsgespräch professionell, sympathisch und gleichzeitig zielführend geht, was Inhalt sein muss, welche Gesprächsmodelle förderlich sind, welches Selbstwertgefühl und welche Haltung es braucht, das alles hörst du in den nächsten Podcastfolgen und kannst es im Webinarkurs lernen. Ganz kurz noch zum Thema Haltung. Die Absicht macht nämlich den Unterschied. Kommen wir noch einmal auf meine beiden Beispiele vom Anfang zurück. Zusammengefasst geht es bei dem Thema Beraten und Verkaufen um zwei sehr unterschiedliche Haltungen. Erstens bauchnabelorientiert, wie in meinen beiden Beispielen, oder zweitens Gesprächspartner orientiert. Ob ein Verkäufer, eine Verkäuferin als aufdringlich oder als Problemlöserin empfunden wird, hängt ausschließlich von der Absicht ab, die hinter einer bestimmten Verhaltensweise oder Vorgehensweise steht. Wenn es deine Absicht ist, und da gehe ich schwer von aus, dass Pflegebedürftige und deren Angehörige erstens ihre Ansprüche kennen, die sie gegenüber der Pflegekasse haben, zweitens wissen, welche Leistungen euer Pflegedienst zur Verfügung stellt, und drittens zusätzlich verstehen, welche Nutzen sie von eurer Unterstützung haben, dann bist du ein gesprächsorientierter Problemlöser, mit dem jeder gerne ein Gespräch führt. So, und jetzt möchte ich dir etwas verkaufen. Ich möchte, dass du Ja zu meinem Angebot sagst. Und ich mache das, weil ich davon überzeugt bin, dass es dir hilft, deinen Alltag leichter zu machen. Es geht um zwei Veranstaltungen, bei denen ich dich gerne dabei hätte. Erstens, am 18. November 2021 der Kongress der Pflegeberatung, live und vor Ort in Bremen. Hendrik Domeyer, den kennst du bestimmt vom Pflegedschungel und seinen Klasse Grafiken. Und sein Team haben großartige ReferentInnen mit spannenden Themen rund um das Thema Pflegeberatung gewinnen können. Ganz, ganz besonders freut mich, dass Martina Reichel mit von der Partie ist. Sie hat mich nämlich vor Jahren zu dem Konzept der lebensbegleitenden Beratung inspiriert. Und sie wird von ihren praktischen Erfahrungen mit Beratungsteams berichten. Alle weiteren interessanten Themen findest du auf der Webseite. Die verlinke ich dir in den Show Notes und natürlich wie immer findest du den Link auf meiner Webseite. Auf der Webseite vom Kongress der Pflegeberatung kannst du auch die Themen der anderen Referenten, ReferentInnen dir anschauen und du kannst dich da sofort anmelden. Ich bin ja übrigens auch dabei in Bremen und du erfährst von mir Spannendes über Persönlichkeitstypologie in der Pflegeberatung. Zweite Veranstaltung. Vom 29.11. bis 3.12.2021 treffen wir uns in Potsdam zur häusliche Pflegeinspirationswoche. In den ersten beiden Tagen geht es um das größte Kittelbrennthema der ambulanten Pflege, nämlich das richtige Personal finden und halten. Freu dich auf zweimal zwei Top-ExpertInnen, die das Thema mal ganz anders aufziehen, als du es bisher gewohnt bist. Wir versprechen, am Ende nimmt jeder etwas für seinen Bereich Umsetzbares mit nach Hause. Und wenn du abends weiter mit uns fachsimpeln und feiern willst, dann buch gleich die ganze Woche. Freu dich auf Andreas Haiber, Ronald Richter und am Freitag auf Sabine Hindrichs. Natürlich findest du den Link zur Seite und zur Anmeldung ebenfalls hier unten in den Shownotes, aber auch auf meiner Webseite. Der Action-Step. Was kann das heute anders sein? Zück bitte jetzt deinen Terminkalender und entscheide dich für Bremen oder Berlin. Oder gleich für beide Veranstaltungen. Wir sehen uns und darauf freue ich mich mega. Das war's für heute zu der Frage Verkaufen oder Beraten. Pflegebedürftige befähigen, selbstbestimmt über die Pflege zu entscheiden. Bevor wir uns verabschieden, noch zwei Infos aus dem Themenbereich hinter meinen Kulissen. Erstens, wie es mit meiner Tante weitergegangen ist und weitergeht, erzähle ich in einer anderen Folge. Zweitens, Fakt ist, dass ich jetzt noch weniger Zeit habe, unzählige Social-Media-Plattformen zu bedienen. Den Link zu meiner Umfrage, wo möchtest du denn, dass wir uns begegnen, findest du ebenfalls wieder hier unten in den Shownotes. Wenn du ganz sicher von mir hören und lesen willst, dann ist der einfachste und beste Weg, meine Impulse-Mails zu abonnieren. Den Link dazu, ich brauche das jetzt nicht nochmal sagen, wo du ihn findest, du findest ihn. Na klar, werde ich dir in meinen Mails auch immer mal wieder ein Angebot machen, weil ich dir ja auch etwas verkaufen möchte. Ideen, Veranstaltungsteilnahme, meine Kurse. Ob du mein Angebot annimmst, diese Entscheidung überlasse ich ganz dir. In diesem Sinne einen lieben Gruß von Verkäuferin zu Verkäuferin. Mach dir deine Praxis leichter. Mach Schluss mit der falschen Scham, was Verkaufen angeht. Wir hören uns in der nächsten Folge und ich freue mich auf dich. Bis dann. Tschüss. Wir hören uns. Wir hören uns. Tschüss. Bis dann. Wir hören uns. Wir hören uns.